Hallihallo Hallöchen liebe Freunde hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground commentary es wieder einstellen und gehen ja das wird langsam zum Ritual hier naja gut ich rede den ganzen Tag nicht so viel weil es auch ein bisschen spät jetzt schon für meine Verhältnisse und da passiert das dann halt auch mal so hat sich was im Vergleich zum letzten Mal geändert außer dass ich gemockt habe mal wieder Season 7 mit der Löwen herzlichen Klinge ich komme da nicht wirklich los außer wenn der Ashpringer da ist dann wahrscheinlich aber hat sich groß was geändert wie gesagt ne immer noch Final Verdict drin Optimastery immer noch so weit hoch ja gut ich habe die Crit Insignal hier mal drin einfach mal um den Crit zu pushen ist nämlich ganz nett damit zu spielen hier nochmal für den Burst in einem Talent natürlich kein Glüfen aber ich habe jetzt die grundsätzlich mal die Glüfe Wort der Helligkeit raus weil das ist halt wenn man göttlichen Sturm spammen kann ganz praktisch und ist halt passiv viel und ich benutze ihn ja oft genug und würde der Schuld einfach wegen Range Slow dass man dann auch hier ein bisschen aufschließen kann beziehungsweise abhauen kann noch mal gehen ach ja das wird echt irgendwie zum ja zum Ritual habe ich schon fast das Gefühl tja naja gut schauen wir mal was haben wir hier ADS ach ja eigentlich ein tolles Begehren mein Abstand meine Abstand schlechteste schlechtestes absteigen die wenigsten Siege und die meisten Niederlagen habe ich in dem BG immer noch also prozentual gesehen ich glaube ich gewinne gerade mal 35 oder 40 Prozent meiner Spiegel hier sehr mau aber gut dafür gewinne ich dann den anderen oft genug und daher habe ich so wilden Kot-Kot-Kat-Kat-Mogo ich hasse dieses BG-I-Los Ach schön da ich mal die Brille als CD's ab Stunten wir so mal und ziehen wir vielleicht können wir irgendwas reißen Dev-CDs haben wir noch den einen oder anderen Heal Na das wird nix müssen wir babbeln Warte mehr für Möbeln werde ich noch noch eine Weile Okay das hier wird glaube ich irgendwie nix in der Mitte Ja rip mich vergiss es Nein 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 Alter Schwede was ziehen die denn noch alles rein Verdanken So da unten zuppelt doch einer rum Will doch nicht mal Meine Fresse Doch da ist ein Mage Vergiss es Freund Ja blinzle ich gegen jemand Depp Ich komm da nicht hinterher Na komm mit, komm mit, komm mit Dann brauchen wir dich wieder Oh Feigling Die zieht mir raus Du wirst sterben Das kannst du vergessen Meiner Sind wir immer noch am fighten? Wahrscheinlich ich geh mal lieber nicht auf die andere Seite Oh, jetzt wär ich noch fast die Ich hasse sowas hier Ein falscher Schritt drum und fällt runter Ach nicht vermutet Wie können wir so töten das? Trap Natürlich krieg ich die Trap ab Den mitnehmen, ja können wir Oh Scheißwelle Was ist mein Stun? Gibt's Support? Sieht gut aus Pali Uh, jetzt wollen sie mich noch Ich hab aufgepasst, jetzt sterb ich Ja Hat man nicht aufgepasst War mal zu gierig Ich hab eigentlich gedacht Ich hab doch Heal bekommen Aber vielleicht war's danach Ich hab nicht drauf geguckt Ich hab einfach nur gesehen Ich krieg Heal und dachte mir Komm, kannst rein Zumal sie auch alle mitgekommen sind Aber Irgendwie dann doch wieder nicht Ah, gut Was soll's Passt irgendwie nicht so Die spawnen Oh, die liegen vorne und haben die Flagge Wie sind denn? Da Müssten ja irgendwo hingehen Ah, Mitte zergen Ist zwar irgendwie schön Aber wenn nix bei rumkommt Oh, den können wir uns mitnehmen Der Timing ist eng Kann man jetzt so Okay Der Schurke ist down Oder? Ja, da brauch ich nicht hin Das ist Quatsch Wenn mal einer da ist dem kann ich eh nicht helfen Na jetzt sind zu viele Ja, der ist gleich down Da ist keiner Ja Kein Melee hier, ne? Das mag man richtig Kein Melee da Binding Shot Ja, jetzt kommt sie Jetzt kommt sie Weil keiner mehr da ist Komm, dann stunnen wir mal Jetzt sind sie nämlich alle da Na komm Erwischt Das ist wieder zu geile Keiner da Schön, jetzt bin ich nur in die Fresse Ja, Krieger ist klar Komm, geh mir nicht auf die Eier Oh, geil Es wird wieder zum Kotzen Also, mit der Truppe hier wird das irgendwie nix Haben wir überhaupt irgendeinen Melee? Nö, vielleicht ein Feral Haben wir ein Feral? Ist gut, ne ist kein Feral Oh, bleib doch hier Du stirbst doch jetzt eh Was auch immer das jetzt soll Das ist ja lächerlich Nach dem Motto Ich hau alle um hier Das wird auch nix Das ist wieder der Hunter Auch der Hunter Hm, okay Trotzdem direkt hinten dran Das wird wieder nix Das ist Quatsch Da brauchst du eigentlich gar nicht rein gehen Da kommt man auf keinen grünen Zweig Die sind zu doof dazu Aber überhaupt Heiler? Eine einzigen Tür kann Ach ho Eine schlechte Tür Ein Heiler, das war's Wir gehen mal rüber Mit dem hier Ah, ein Fäkaldroide Warum haut der jetzt ab? Ah, dann hol mal den Mage schon mal weg Versuchen wir es zumindest mal Ja, das versuche ich durch den C10 Block oder tot? Tot also Och, du Drecksack Du glaubst du nicht im Ernst, dass ich die jetzt Das ist ein Bot Suche, jetzt sind wieder alle möglichen Leute hier Das ist der Mage von Geben Oh Gott Oh Gott Nichts können, also nix können, aber nur dumm durch die Gegend zuppeln. Spellreflect anschmeißend, wenn man noch nicht mal da ist. Und so Geschichten. Das ist eh so ein geiler Reflex. Das ist ein geiler Reflex bei Tinger. Wo ist er denn? 80% vom Damage? Ja. Ei, ei, ei. Ich habe kein Problem zu verlieren. Aber dann soll das Match bitte einfach geil sein. Und das ist alles andere als geil. Ja, sehr nüchternnd. Warum drehe ich mich jetzt in die andere Richtung? Jetzt fängt auch nochmal nochmal aus an. Du bist geslout, du Scheißlieb. Du bist geslout. Du wirst es auch bleiben. Du brauchst gar nicht zu sprinten. Oder so. Warum kriege ich diese Vieche eigentlich keinen Schaden? Wir müssen genauso den Schaden bekommen wie andere. Aber bei dem live. Oh, wenn die alle wegzuhören können. FZDs an. Mit dem Pally hintendran natürlich nicht. So blöde Affe. Oh, ich glaube es nicht. Scheiß, die Kayne läuft nicht. Ja natürlich, klar logisch. Ach ja, zweimal, zweimal execute. Warum kann ich das nicht auch haben? Scheiß doch drauf. Das kann doch eh der Depp. Ja hopp. Wird es irgendwas sinnvolles zu tun? Nö, natürlich nicht. Das ist echt grottig. Ist da jetzt einer? Oder ist der Schurke wieder? Ah, der stirbt doch schon wieder. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Du hast ein CD? Das kannst du vergessen. Du kriegst erstmal ins Gesicht. So ein wie dich fuhren wir doch. Oh, den Decay kann man auch fressen. Wie sie nichts können. Wie sie nichts können. Wie sie nichts können. Die Samenleucht. Entschuldigung. Also tut mir leid, die können aber nix. Kriegst auch mal ein Stunt ab. Ja, kick mich doch noch mehr durch die Gegend. Ah, komm Hunter, mach zu Ende. Oh Gott, was ein Opfer. Wir müssen... also... Seid ihr böse. Den müssten wir auslachen. Danke für die Heilung. Was hat er davon. Was hat er davon? Das ist doch echt... Beschwerd, ey. Nervt nicht. Fäkal Druide. Ach, wenn wir nicht wegkommen. Was ist der Nächste? Da und du. Alle hier. Mal die Leute weghauen. Oh, nein! Hat man doch noch erwischt. Ach, das war ja grottig. Na ja, gut. Was will man machen? Wie gesagt, die BGs gehören auch dazu. Auch wenn sie mir überhaupt nicht passen. Beziehungsweise, wie gesagt, ich habe kein Problem zu verlieren. Aber... So eine Gurkentruppe. Haben wir eigentlich jetzt gewonnen? Nö, natürlich nicht. Das macht dann einfach null Spaß. Na ja, gut. Video Masai ist nach wie immer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Im Moment ist es wieder zeitlich total schlecht. Deswegen kommt auch dieses... Äh, diese Folge verzögert raus. Und, ähm, ja. Tut mir, wie gesagt, leid. Aber ich komme im Moment einfach nur bedingt zu. Ähm, Video Masai. Also, wenn ihr da auf dem aktuellen Stand sein wollt, dann... Händ ab an die Kommentare damit. Beziehungsweise, äh... Auf Twitter. Und auf Twitter ist halt der aktuellste Stand. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.